Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Zone, zusammen mit dem Deby-Thor. Hü! Und seinem Unbreakable Wand. Unbreakable Wand. Oh, warte. Den hab ich mit dem Backpack. Oh, der noch viel besser. Guck mal, das hatte ich voll vergessen. Was ich noch fast vergessen hätte, die letzte Folge gab es beim Deby-Thor und da hab ich unter anderem erwähnt. Und wir haben die Mobfalle da vorne gebaut. Oh yeah! Oh, ich brauche mir Scheidern. Warte, warte, warte. Ich kann dir welche geben. Achso. Bööö, komm mal her. Ähm, ich hab gestern gestreamt. Nein, gar nicht gestern. Vorgestern. Vorgestern. Und, äh. Hat der hingerotzt. Krass. Oh, hier rein. Und, ja, ich hab viele Sachen gemacht. Erstmal die Erzmaschine, die läuft jetzt wieder. Deswegen haben wir viele Sachen. Ist aber noch nicht komplett richtig eingestellt. Deswegen haben wir hier teilweise Crushed Awesomeium und sowas. Aber, ich hab eine richtig coole Sache bekommen. Und zwar das hier. Oh, lol! Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Ich hab so ein roter Strahl von hinten. Das ist voll gut. Ja, hab ich bei Rise auch immer gemacht. Oh, hab ich aus dem Rockweb bekommen. Sieht voll gut aus. Hau an! Stell dir mal vor, es wird die 1,10 geben. Dann können die so Minigern in der linken und Flammenwerfer in der rechten Hand. Das wär cool. Dann so Bäm! Und du hast Augenbrauen bekommen. Woher hast du sie eigentlich? Die aus dem Rockweb. Ah! Das ist Papa Carsten. Der Papa Carsten. Wie krass, wenn du sogar zweimal rein. Warte, jetzt bin ich Hi-O-Cars, jetzt bin ich Papa Carsten. Hi-O-Cars. Das war cool. Theoretisch spawnen die da schon drin. Nachher werden wir natürlich Dinge haben, dass die alleine spawnen, ohne dass man daneben stehen muss. Aber da brauchen wir noch eine Seele. Da ist wirklich spawnt. Oh, jetzt hab ich gerade die Quest geclaimt in der letzten Folge. Dann mach ich ja in der nächsten Folge. Leil. Achso, RoboQuest. Ich hab viele fertig gemacht. Ja. Viele so kleine Sachen, wo nur Machine-Craft die waren. Und, äh... Hast einfach alles durchgespielt. Genau. Und eine Redstone-Maschine hab ich gebaut. Oder Agri-Craft. Die Seeds hochgezüchtet. Agri-Craft kennst du noch, oder? Aus Regrow. Ja. Genau. Re-Grow. Und das gibt's eben auch. Ich hab hier Redstone-Seeds gemacht, die 10, 10, 10 sind. Und halt nur mit nem Harvester, so ne Mini-Farm gemacht. Ich hoffe, mir ist gar nicht passiert. Ja, nicht schlecht. Aber es läuft. Zumindest haben wir jetzt ordentlich Redstone und Ender-Perlen. Und? Ah, stimmt. Da kam auch einiges bei rum. Genau. Für das Farm ist nämlich auch richtig am Off-Poppen. Und das ist erst noch ne kleine, ne? Wenn du überlegst, wir sollen ja bis in die Unendlichkeit bauen. Also bis 256. Ja. Ich glaube, dann haben wir bestimmt 50 Ender-Perlen pro Sekunde. Plus Magic-Rops dann noch haben wir 1000 Ender-Perlen pro Sekunde. Vielleicht hab ich gerade eine 64k-Crafting... Äh... 64k im East-Deutsch gebaut. Echt? Ja. Jetzt geht's weiter mit der 256k. Los geht's! Hey, mach mal. Wollt ihr aber ins Gesicht hauen. Ey, ein paar Sachen hat ihr automatisiert. Hast du das weitergeführt eigentlich? Boah, au, au. Jetzt hat der mal auf die Augenbrauen geboxt, ey. Oh. Jetzt liegen die da rum. Dann sind die voll dick. Sind angeschwollt. Ach so. Boah, zum Glück hat die nicht auf Lippe gehauen, ne? Dann würde es ja aussehen wie... Gibt's nicht auch so ne Challenge, wo die Leute so ihre Lippen in so ne Flasche saugen? Damit sie so... Kennst du das? Ne, ich weiß nicht, was du immer machst, aber... Äh, kenn ich nicht. Nein, das ist so ne YouTube-Challenge, das richtig viele gemacht haben. So, total dumm. Ah. Die nehmen irgendwie ne Flasche oder so und saugen da halt dran, damit ihre Lippen da reingezogen werden, ein Vakuum entsteht. Und dann lassen die das, bis ihre Lippen angeschwollen sind. Oh. Damit sie so nicht kennen. Das kenn ich in anderen Körperregionen. Penis. Ja, ungefähr so ist das. Aber soll ich mal ne Challenge machen? So, pass auf. 24 Stunden auf die Fresse. Da müssen die echt mal machen. Boah, da soll Gehirn raussaugen mich mir an. Guck immer. Die Nuckeln die ganze Zeit dein Gehirn weg. Bumm. Au. Au. Bumm. Au. Au. 16, 9, sind 9 und dann minus 3 sind 6. 6 bis 9 sind 15. Glaubst du, die können wir craften? Ja, warte mal. Ich könnte ein 64K ME Storage Komponent anlegen, oder? Äh, könntest du machen, ja. Oh, ich hasse das, wenn das auf Crafting steht. Aber dafür brauche ich erst mal drei von den anderen. Drei von den Wassern. Von den 16K, warte, drei Stück. Au. Nein. Quietly Glass fehlt. Oh mein Gott. Ja, ich mach das gerade. Warte, können wir das nicht craften? Ah nein, ich glaub, das Interface ist nicht mehr online. Nein, wir haben zu wenig Channels. Ja. Oder? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben zu wenig. Nein. Aber warum? Ah, wegen der Chess wahrscheinlich, ne? Was sollen wir denn mal wegmachen? Haben wir irgendwas, das wir gerade nicht unbedingt brauchen? Ja, dein Terminal. Ja, aber das stimmt eigentlich, ne? Aber wenn du das auf Crafting stehen hast, dann... Ja, wie bei Ted? Du bist kaputt. Das geht nicht mehr. Ich kann den mehr bauen. Aber sie kann die Truhe gar nicht aufmachen da oben. Ähm, ich wollte eine Wrench. Wrench. Drei. Ja, dann machen wir das jetzt einmal weg, so, ne? Nice. Das Interface machen wir gerade auch nicht unbedingt. Kannst du auch da hinlaufen, oder? Steht ihr, steht das immer noch auf Crafting? Ja, weil ich gecraftet hab, Mann. Aber nicht nach Items, oder? Was? Nicht nach Number of Items, oder? Nein. Denn weißt du, warum ich das nicht drin hab? Ja. Okay, dann weißt du. Aber guck mal, wir brauchen eine Minute, bis sie fertig sind. Boah, es ist lahm. Hast du denn welche gecraftet? Ja, die Storage. Oh, welche denn? Ja, warte mal, ich mach 16k, damit ich dann die 64er automatisieren kann. Oh. Also ich brauch drei Stück davon. Jeden Moment fertig. Jetzt sind sie fertig. Fünf Sekunden. Wir sind schon fertig. Echt? Eine war schon drin. Oh, Lul. Warte, wir können uns eigentlich auch mal die, äh, Dinge machen. Better Encoder. Haben wir noch eine Calculation? Bitte. Bitte. Scheinlich nicht, aber den kannst du bestellen übrigens. Wir können uns... Hey! Was? Was passiert? Die Interface, dann bin ich das weg. Ja, hab ich schon grad gesagt. Brauchst du das? Jetzt muss ich das da per Hand reinlegen. Ja, warte, ich mach's wieder hin. Äh, hier. Jetzt ist das da wieder aufladen. Das ist übrigens das letzte, was wir einbauen können. Was denn? Achso, haben wir dann keinen Platz mehr? Genau. Aber wir können jetzt bestellen. Bestell die, bestell die, bestell die. Jetzt. Warte. Jetzt hast du keinen Pattern Terminal, dafür hast du einen Pattern Encoder. Oh, nice. Hier. Oh, ich kann den sogar drehen. Der hat hier sogar Swags. Ah. Boah, vielleicht hat er schon nicht mehr gemacht. Wie viel machen wir denn davon? Zehn? Nee, zehn nicht. Vier. Pattern Encoder. Welche denn? Start. 64 K? Ja, also drei brauchen wir wahrscheinlich für die nächste Stufe und eine können wir eine Diskette bauen. Diskette haben wir schon. Wir brauchen zwei. Ich mein automatisiert. Geil, oder? Ja. Oh, warte mal. Wir brauchen eine Singularity, glaube ich. Nur acht Minuten lang. Peter, wie kriegt man eine Singularity? Erzähl mal. Wir brauchen dafür eine Maschine. Ja. Aber welche Maschine, Peter? Kennst du den noch? Ja, Crafting. Nee, deswegen hab ich dich ja gefragt. Metacondenser. Okay. Und dann packen wir einfach ein Cobblestone-Framework dran, ne? Wat? Ein Cobblestone-Framework? Ja, stimmt. Kann man machen. Hast du den Metacondenser? Nee, wir brauchen dafür Dust. Der ist bestimmt super krass herzustellen hier, oder? Nee, super einfach. Wir brauchen nur noch Dust. Oh, warte, wir können Dust machen. No Crafting-CPUs, eh, well. Wieder, wir brauchen mehr Crafting-CPUs. Du musst Dust manuell herstellen. Aber ich sag mal so, wenn das dahin... Tschüss. Boah, warte mal, geht da direkt ins Portal dahinten? Ich glaub nicht, ne? Oh, schade. War zumindest keine Absicht, wenn das so ist. Wir brauchen mehr Vertical-Power. Nein, ich hab meinen Kassbuhl weggelegt. Ein bisschen mehr Horizontal-Power. Gubbel-Stone-Framework. Geh es? Geh mal da drauf und beweg dich nicht. Hä? Hä, warum fliegst du? Ich weiß es nicht. Oh, weil wir genau hier sind. Nee, jetzt auch nicht. Lol. Ich hab, das kommt drauf an, wo man auf die Platte springt. Okay, wer wäre drin? Hauptsache, ich nehm die ganzen Kack-Items auf, weil ich mir das Wasser. voll aufgefallen bin. Alter. Eigentlich war... Also der ursprüngliche Plan war, dass das Ding eigentlich im Wasser landet. Aber da steht schon noch Fusch. Name ist... Metacondenser. Okay, was noch? Hey, das war's. Blood Moon is rising. Da, M-E-Condenser, Output. Condense into Singularity. Okay. Und warum macht der noch nichts? Warum nicht? Muss der in Similism angeschlossen sein? Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht kann der das nicht von alleine aufnehmen. Dann brauchen wir einen Conduit. Conduit. Warte, wir können ja mal gucken. Ich leg mal einfach so Kappelsum rein. Da erinnert sich aber nichts. Also, es wird nichts angezeigt. Guck mal, da oben steht doch... Ah, ne, warte, wir brauchen noch ne Storage-Cell. Ne, 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 ne Storage-Cell. Und was für eine? Eine 64er. Okay, warte, ich hol die. Ich hab gebaut. Nein! Also schon fertig. Genau, weil nur in der hast du so viel Platz, dass das für eine Singularity reicht. Ah! Ach so, aber das Storage-Component dann. I see. Zieht immer noch nicht von alleine rein, warte. Ehrlich? Doch, geh doch hoch. Ach, sag ich doch, cool. Nice! Sag ich doch. Weil, da sollen wir dann mal einen Capacitator reinwerfen. Glaubst du, das geht damit dann schneller? Natürlich. War so geil, hab ich bei Novus vergessen, weil ich dachte, der macht einen und hört dann auf, aber der macht so viele, wie viel Cablezone da ist und dann hat er quasi alles Cablezone aus seinem System gelutscht. Aber auch mit einer 64er Storage? Ja. Lol. Ja, okay, wir brauchen eh mehr. Früher oder später. Warum? Ja, keine Ahnung, wir waren bei 20 Quadrant-Britus haben. Geil! Okay. Das war ja richtig produktiv. Das heißt, ich kann die Diskette anlegen, ne? Hier nicht. Da kann ich die anlegen. Da haben wir keine Pattern. Keine Pattern? Marco, wir haben keine Pattern. Nein! Kann ich Pattern bestellen? Oh. Mara, stellst du nicht mal auf Crafting? Aber wenn ich was Craftless suche? Mittlere Maustaste. Ach, das geht auch? Ja, das sage ich dir so oft. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Das ist so... Boah, das ist voll cool. Wenn man so vergesslich ist, dann nervt man immer was Neues. Stimmt. Endlich. Endlich wird auch was gelernt. So. Pure. Können wir denn mittlerweile wieder nichts craften? Was ist denn da gerade am Craften, Peter? Ja, das Wichtigste. Was denn? Ein ME-Held. Ein Storage-Boss. Storage-Boss. Nein, so ein Ding halt, ne? Warte, was wollte ich denn jetzt bauen? Lenk mich nicht ab. Wollt so eine richtig dicke Diskette bauen. Ah, hier sind die. Holy shit, man. Du kannst übrigens... Oh, gut. Bei der Petal Storage brauchst du die Items nicht. Das ist das Gute daran, ne? Ach, ehrlich? Ja. Was hast du das vergessen, oder was? Ja, weiß auch nicht. Warte. Dann machen wir gleich eine 16, 3, 8, 4, Car Storage. Gib dir mal einen Auftrag. Bist du schon super schnell fertig bei uns? Hast du hier erst die Powercrafting gemacht? Ja. Nein. Aber der passt nicht im Molekular Assembler. Warte, ich mach mal hier Interface-Alarm. Warte mal. Wireless. Ein Interface. Boah, weißt du, was das heißt? Äh, was denn? Interface. Internationales Gesicht? Ja, zum Beispiel. Oder, äh, ein internes Gesicht. Warte mal. Boah, ich will ein paar Interface-Alarm bauen da. Okay, du craftst gerade nicht gut. Ich brauch nämlich, warte, 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 warte. Nichts craften, nichts craften, nichts craften. Ja. Boah, das war knapp. Wie lange braucht der noch? Zwei Sekunden. Alter, 10.000 hat der erst. Der braucht der ewig. Warte, ach so, das Ding. Ja, klar braucht der ewig. Willst du eine Singularity machen? Ich glaub, ich mach da noch Cobblestone-Frameworks dran. Ah, hier. Ganz viele. Ja. Oh. Oh nein. Annihilation-Core und Formation-Core brauchen wir noch. Boah, jetzt geht er aber ab, ja. Boah, ist aber kacke, wir brauchen mehr davon. Das ist aber scheiße, Alter. Ohne Kraft, was drück ich hier das zweite Wort? Was das kacke, so eine Wachze, so ein Mist. Wollen wir so schön besser, oder? Und diese Drecksrezepte. Oh, jetzt sind ganz viele Creeper. Hier noch einen dran. Push. Weil jetzt geht er dir hoch, hör mal. Schnell weg. Oh, was hin? Ja, ich war gerade im Bereich des Autocrafting-Systems, als da ein paar Monster gespawnt sind. Oh, jetzt ist gerade, glaube ich, Blood Moon. Natürlich. Aber wir müssten jetzt einen weiteren Molekular-Assembler haben. Weißt du, was noch gerade ist, Peter? Folgenende. Folgenende. Das war so weit von der heutigen Folge Minecraft-Saison. Wenn es euch gefallen hat, lass natürlich so gerne, wir werden da. Guck mal an Peter vorbei. Da gibt's die nächste Folge. Mal gucken, was wir da dann machen. Warum? Wie, warum? Ich will nur mal wissen. Okay. Okay, krass. Gibt irgendwie, und. Es passiert so. Okay. Ansonsten könnt ihr jetzt noch oben links meinen Kanal und links Peter's Kanal oben rechts die Soundplay. Aber da erstmal die beiden abonnieren und oben rechts die Soundplay des Gucken oder oben rechts ein Rande-Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.